Bitcoin hat die 30.000 US-Dollar-Marke geknackt in dieser wichtigen Woche, wo wir relevante Makrodaten bekommen werden, morgen die Inflationsdaten, darüber werden wir jetzt natürlich gleich auch sprechen und am Ende der Woche auch Quartalsberichte der US-Großbanken. Darüber hinaus werden wir natürlich auch hier in den Chart blicken, auf die Liquidierungszonen mal einen näheren Blick werfen, was da jetzt gerade los ist, was war hier der Grund für diesen Breakout und auch noch über die Tatsache, dass die Banken im Hintergrund indirekt schon in Bitcoin einsteigen, wie, warum, weshalb, das werden wir uns gleich alles anschauen. Falls dir dieses Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir zunächst einmal makroökonomisch, was ist vor allem morgen wichtig? Morgen bekommen wir um 14.30 Uhr die Inflationsdaten, ich habe es auch hier in meiner Übersicht schon mit aufgenommen, mit den Prognosen und den letzten Werten, die wir da haben. Ihr seht es hier, von Jahr zu Jahr betrachtet die Inflationprognose 5,2%, zuletzt lagen wir da noch bei 6%, die Kernrate der Inflation 5,6%, zuletzt lagen wir da bei 5,5%, also ein Stückchen höher da die Prognose als das, was wir zuletzt gesehen haben und deswegen wird auch die US-Notenbank vor allem genau drauf blicken, was bekommen wir morgen und vor allem auch natürlich dann die Marktakteure. Die Inflationsdaten für März werden dementsprechend halt wichtig werden und nicht nur, was die Headline-Inflation betrifft, sondern halt auch die Kernrate, wo die volatilen Komponenten, Lebensmittel- und Energiepreise halt nicht mit drin sind und wo man vielleicht einen besseren Indikator für hat, wie es mit der Inflation in den nächsten Monaten weitergehen könnte. Man stellt sich jetzt vielleicht die Frage, warum geht die normale Inflation jetzt runter, aber die Kerninflation, die Kernrate nicht runter, das liegt allen voran natürlich an den sinkenden Energiepreisen, die wir jetzt aktuell global auch haben, nicht nur in den Staaten, wir haben es ja auch im Euro-Raum gesehen, habe ich euch noch vor ein paar Wochen gezeigt, diesen Chart als ein Rekordeinbruch in der Inflation, in der Eurozone zu sehen war, aber in der Kernrate ein Rekordhoch, der Inflationsrate mit 5,7% und genau das gleiche Problem könnten wir jetzt hier auch in den Staaten haben. Zum einen in der Kernrate, warum steigt die halt? Weil die Mietpreise steigen aktuell, aber da ist es wichtig zu verstehen, dass man private Daten hat, die die US-Notenbank nicht berücksichtigen kann. Da sieht man schon eine Verlangsamung in den Mietpreiserhöhungen, das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Und als anderer Faktor auch die Automobilbranche, Gebrauchtwagenpreise steigen wieder und das könnte auch wieder so eine Komponente sein, wo ja wieder Güterkosten wieder steigen könnten als ja nachfolgende Effekte, die wir da sehen. Also die Kernrate wird morgen besonders wichtig sein, nicht nur die Headline-Inflation, wie vielleicht in den letzten Monaten immer wieder der Fokus drauf lag. Kernrate aktuell wahrscheinlich sogar wichtiger für die US-Notenbank. Und dann wird sich auch abzeichnen, wie es mit der Inflation weitergeht natürlich, wenn man vor allem von Monat zu Monat die Werte sich anschaut. Ich hatte euch diese Grafik schon jetzt öfter gezeigt, dass wir mit der Inflation bis Juni, Juli schon unter 3% landen könnten, je nachdem, wie die Anstiege von Monat zu Monat bis dahin sich entwickeln. Auch da nochmal ein schöner Überblick, wie ich finde, dass das auch wirklich schnell gehen kann mit der Inflation, dass wir jetzt hier mit der Inflation sehr schnell fallen könnten. Natürlich die Gefahr immer noch hoch, dass wir eine zweite Welle bekommen, durch Lohninflation beispielsweise. Auch das ist natürlich weiterhin ein Thema. Wir haben ja auch letzte Woche noch die Non-Farm-Payrolls bekommen, also die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Da lagen ja die Werte im erwarteten Bereich. Aber wenn man mal da ein bisschen tiefer ins Detail blickt, werden wir beispielsweise sehen, die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften ist deutlich gesunken um 4,1%. Und hier mal auch dazu ein interessanter Chart in rot dargestellt. Diese Zeitarbeitskräfte, die Nachfrage nach den Zeitarbeitskräften und in blau dargestellt das BIP in den Staaten. Und das geht hier Hand in Hand, wenn die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften sinkt, sinkt auch dementsprechend das BIP, also das Wirtschaftswachstum. Und entsprechend ist das halt auch eine Gefahr für eine mögliche Rezession. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und auch diese Umfrage finde ich sehr spannend für kleinere Unternehmen. Also wir reden jetzt hier nicht von den großen Tech-Unternehmen etc. Was ist die größte Sorge? Was sind die größten Probleme? Es ist weiterhin die Inflation hier im Blau dargestellt. Es war jetzt deutlich zurückgegangen. Wir lagen hier mal über 35%, jetzt unter 25%. Aber im Vergleich zu den anderen Komponenten wie Qualität der Arbeitskräfte, Steuern oder auch die steigenden Löhne, ist halt die Komponente Inflation immer noch das größte Thema. Und zudem bekommen wir halt am Freitag, das habe ich ja angeteasert schon am Anfang des Videos heute, Quartalsberichte aus dem Bankensektor. Bankensektor immer noch natürlich weiterhin ein Thema, vor allem mit Hinblick auf kommerzielle Immobilien. Habe ich ja auch schon darüber berichtet, dass der Markt da gerade ordentlich unter Druck steht und dass natürlich das ein großer Teil der Kreditvergabe auch ausmacht. Also sehr viele offene Kredite, die bei den Banken in dem Bereich laufen. Deswegen wird auch der Markt ganz genau darauf schauen. Wir haben beispielsweise dann am Freitag JP Morgan, die Citigroup, BlackRock unter anderem auch. Also da geht es halt auch los mit den Banken in der Berichtssaison. Auch das wird auch seinen Einfluss natürlich dann in dieser Woche haben. Könnte weiterhin eine volatile Woche werden, nachdem wir jetzt wochenlang in dieser Konsolidierungsphase vor allem bei Bitcoin waren. Und am 3. Mai steht ja dann auch noch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Inzwischen hat sich da wieder die Wahrscheinlichkeit gedreht, 70% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 25-Basispunkte-Leitzinserhöhung sehen werden. Wird sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ändern, je nachdem, was für Daten wir morgen bekommen. Und die jeweiligen Fed-Funds-Futures für die Monate Juli, Oktober und Dezember sind auch nochmal ein bisschen gestiegen. Also ungewöhnlich in der Tatsache, weil wir hier mit höheren Zinserwartungen trotzdem einen höheren Bitcoin-Preis haben. Normalerweise war das halt entgegengesetzt. Ihr seht es hier, Zinserwartungen sinken. Bitcoin steigt. In dem Fall Bitcoin noch zusätzlich stärker und generell die Märkte stärker, obwohl hier die Zinserwartungen wieder leicht gestiegen sind. Jetzt für Dezember beispielsweise 4,5%. Der Markt geht hier weiterhin von Zinssenkungen schon in diesem Jahr aus. Ob die wirklich so kommen werden, das werden wir weiterhin begleiten müssen. Hedgefonds und große Spekulanten shorten den S&P 500 wie eh und je nicht mehr. Wenn man sich hier mal den Chart anschaut in den letzten Wochen, nochmal ein höheres Hoch in den Short-Positionen. Hier, ihr seht es hier, dieser Spike nochmal runter. Das ist der größte Short-Delta hier seit 2011. Und immer wieder, als die Hedgefonds so große Short-Positionen hatten, haben wir irgendwann dann den Marktboden gesehen. Ob das wieder hier der Boden war, den wir jetzt schon bereits gesehen haben, werden wir natürlich noch weiter betrachten müssen. Aber hier könnte es natürlich dann auch dazu kommen, dass die Short-Positionen, falls der Markt noch weiter nach oben gehen sollte, geschlossen werden müssen. Und dadurch könnten wir nochmal einen Short-Squeeze auf den traditionellen Märkten sehen. Also das ist auch ein Potenzial. Hier hat der Autor dieses Beitrags hier nochmal reingeschrieben, ja, wenn die alle long flippen, dann kommen wir hier auf den Allzeithoch bei S&P 500. So einfach wird es natürlich nicht sein. Aber natürlich die Chance da, dass wir einen Short-Squeeze sehen, das wäre auf jeden Fall positiv. Und das auch nochmal zum Sentiment vielleicht nochmal für euch, weil wir ja die Daten bekommen. Es mischt sich gerade so ein bisschen. In den letzten Monaten war es ja immer so, schlechte News sind gute News. Ihr seht es hier nochmal in der Zeitspanne seit 2010. Es ist natürlich öfter immer der Fall gewesen, dass gute News auch gute News waren. Aber bei guten Inflationsdaten werden wir natürlich eine positive Reaktion morgen sehen. Bei schlechten Inflationsdaten entsprechend ein bisschen negativer, weil die US-Notenbank dann vielleicht noch straffer vorgeben muss. Durch die Tatsache, dass jetzt Bitcoin die 30.000 US-Dollar-Marke geknackt hat, ist MicroStrategy jetzt hier nach langer, langer Zeit mal endlich wieder mit den Bitcoin-Beständen im Plus. Sie haben ja ihren Bitcoin-Durchschnittskurs unter die 30.000 US-Dollar-Marke gedrückt und sind damit jetzt hier mit allen Beständen im Durchschnittskurs hier drüber und könnten jetzt alles im Plus verkaufen, werden sie natürlich nicht machen. Und MicroStrategy hat ja so ein Exposure gegenüber Bitcoin, dass hier der Kurs der MicroStrategy-Axie, das ist hier in pink dargestellt, korreliert halt so stark mit Bitcoin, weil einfach die finanzielle Aufstellung von dem Unternehmen so danach sich richtet, wie Bitcoin gerade performt. Und da passt diese Meldung hier perfekt rein, wenn man sich mal anschaut, wer hat denn in MicroStrategy investiert in Q1? Das geht aus offiziellen Daten hervor, die an die SEC übermittelt worden sind. Die Bank of America und Fidelity haben insgesamt 85 Millionen US-Dollar an MicroStrategy-Aktien in Q1 gekauft. Hier seht ihr jetzt auch nochmal in der Tabelle, wer sind denn die größten Anteilseigner von MicroStrategy. Da ist auch BlackRock drunter und da könnt ihr euch mal die Frage stellen, die wissen ja ganz genau, dass MicroStrategy so ein Exposure hat gegenüber Bitcoin und dass im Endeffekt die Aktie genauso performt wie Bitcoin. Warum kaufen die diese Aktie? Denken sie, dass die anderen Geschäftsbereiche da so interessant sind oder wollen sie einfach hier ein Exposure gegenüber Bitcoin haben? Und ich glaube, das ist eher das Zweite, was im Raum steht und was hier wirklich die Gründe sind, warum hier diese Unternehmen da rein investieren, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht so öffentlich vielleicht bekannt geben möchten, dass sie in Bitcoin investieren, so wie es MicroStrategy tut, sondern machen es hier einfach durch einen indirekten Bitcoin-ETF. Das sagt man ja auch, MicroStrategy ist im Endeffekt ein Bitcoin-ETF. Wenn man die Aktien kauft, hat man eine Exposure gegenüber Bitcoin und das ist so ein heimlicher, indirekter Weg, in Bitcoin einzusteigen, weil man davon profitiert, wenn der Bitcoin steigt, wenn man die MicroStrategy-Aktien hat. Also ziemlich spannend, wie ich finde, dass in Q1 hier nochmal Bank of America und Fidelity nochmal nachgelegt haben und entsprechend natürlich jetzt auch ordentlich im Plus sind, weil Bitcoin gestiegen ist. Dann gibt es einen weiteren prominenten Befürworter für Bitcoin, und zwar den US-Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy Jr., der der Neffe von JFK ist. Er sagt nämlich, Bitcoin gibt der Öffentlichkeit einen Ausweg, falls die Fiat-Bubble platzt. Also ziemlich spannend, wurde auch von sehr vielen Medien aufgenommen und ich glaube, das kann Bitcoin nie schaden, wenn wir da prominente Befürworter bekommen. In dem Fall ein US-Präsidentschaftskandidat und Robert Kennedy Jr. Es gibt leider aber auch die ersten Verkaufssignale, natürlich nicht zu ernst gemeint, aber wenn man sich mal die Mainstream-Medien heute anschaut, ist Bitcoin wieder in aller Munde. Hier beispielsweise die Bills, habe ich mal auf Twitter geteilt, Kursexplosion, Kryptogeld legt in einem Monat 45% zu. Soll ich jetzt in Bitcoins investieren? Also spätestens, wenn es bei der Bills ankommt, ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, aber trotzdem ist das Momentum natürlich auf unserer Seite, soll aber nicht davon ablenken, dass es wirklich wieder in den Mainstream-Medien gerade ist, dass vielleicht aber auch dadurch wieder neue Leute kommen auf den Markt. Es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die diesen Artikel dann lesen werden und sagen werden, ja, jetzt steige ich ein und unter 20.000 hat es halt keinen interessiert, aber das ist das ewige Spiel und so wird es halt auch immer so sein. Diejenigen, die immer am Ball dranbleiben und das zeige ich euch ja immer wieder, auch immer wieder nachkaufen, im Bärenmarkt aktiv bleiben, die werden belohnt und das sind dann diejenigen, die uns dafür belohnen. Technisch gesehen haben wir jetzt auch die Trendlinie natürlich durchbrochen bei Bitcoin mit dem Anstieg auf 30.000 US-Dollar und es gibt natürlich auch die Vergleichsdaten zu 2019, 2015 mit, aber einem großen Unterschied, 2019 sind wir ausgebrochen und sind dann direkt nach oben marschiert, hatten dann hier den Abverkauf im März 2020, wo alles abverkauft worden ist. Bis 2015 haben wir das Ganze noch mit einem Retest gesehen. Sehen wir hier jetzt noch den Retest, ja oder nein? Ich kann es natürlich nicht ausschließen. Nachhaltiger wäre es wahrscheinlich, wenn wir hier nochmal einen schönen Retest sehen und dann erst hochgehen, weil wir auch vor allem jetzt wirklich hier sehr stark gestiegen sind, sehr schnell auch gestiegen sind, irgendwo ohne größere Korrekturen. Immer mit einem Retest ist immer gesünder als ohne, aber das Momentum ist, wie gesagt, auf unserer Seite. Wenn man sich vor allem auch mal die Daten anschaut hier auf den Future-Märkten, beispielsweise hier auf Binance, dann sehen wir, dass hier mit diesem großen Anstieg über die 30.000 US-Dollar, dass Open Interest rückläufig war. Das heißt, die Short-Positionen wurden hier eher geschlossen. Wie werden Short-Positionen geschlossen? Indem Kontrakte gekauft werden und deswegen gab es dann nochmal hier einen weiteren Anstieg, also nochmal zusätzliche Liquidierungen und wenn man sich die Funding-Fees anschaut, sind wir immer noch auf einem moderaten Level, also auf diesem neutralen Level von 0,01. Das bedeutet, dieser Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, war jetzt nicht irgendwie angetrieben durch hohe Hebel, durch sehr viel Risiko, sondern eher durch die Spot-Märkte. Das ist auf jeden Fall erstmal positiv. Bevor wir zu den Liquidierungsdaten kommen, ein Hinweis, die Aktion auf BingX läuft nur noch heute. Je nachdem, wie viel ihr einzahlt und wie viel ihr tradet, könnt ihr bis zu 2.000 US-Dollar Bonus bekommen. Ich trade selbst auf BingX, da könnt ihr auch die traditionellen Märkte traden. Wenn ihr hier auf Märkte geht, könnt ihr Indizes, Währungen etc., Gold, alles traden mit sehr guter Liquidität und vor allem auch mit den geringsten Gebühren auf dem Markt. Haltet natürlich immer nur so viel auf der Plattform, wie ihr vielleicht für eine Woche zum Traden braucht. Also es ist keine Wallet, wie immer. Also auch da immer die Sicherheit gewähren lassen. Aber ich trade auch hier. Das ist eine Top-Börse und falls ihr da die Boni abholen wollt, einfach hier unten mit dem Link unten in der Videobeschreibung anmelden und dann bekommt ihr auch noch einen Top 50 Dollar. Direkt gut geschrieben, nur für die Anmeldung und ohne Einzahlung etc. Also schaut euch das gerne an. Dauert so 2-3 Tage, bis die 50 Dollar dann ankommen. Dann könnt ihr die Plattform einfach mal testen und damit unterstütze ich natürlich auch diesen Kanal hier. Dass wir diesen Breakout nicht durch gehebelte Long-Positionen jetzt erreicht haben, sieht man auch an den Liquidierungsdaten. Wir haben jetzt hier diesen Bereich natürlich auch erstmal perfekt gehittet. Ihr seht es hier. Wir haben es erstmal hier gehittet, dann nochmal kurz runtergefallen. Falls ihr euch gefragt habt, warum haben wir genau hier Widerstand gesehen. Das war genau diese Zone, die ich euch ja in den letzten Videos immer wieder gezeigt habe. Das war auch die einzige, die wir hier sehen konnten. Und jetzt gibt es eine neue und die liegt genau bei 31.000 US-Dollar. Mal schauen, ob wir da hochlaufen. Auf Binance gibt es noch natürlich über dem Hoch einen kleineren Cluster oder größeren Cluster. Und nach unten ist der Weg frei, sozusagen die nächste Long-Liquidierung mit größeren Mengen wäre erst bei 27.400. Momentum ist da, wird aber natürlich in erster Linie daran abhängig sein, was machen die Daten, was machen die US-Inflationsdaten morgen. Deswegen gibt es da spannende Entwicklungen, FOMC-Minutes auch morgen Abend. Da glaube ich nicht, dass es da große Überraschungen geben wird. Aber das nochmal als Update für die Liquidierungsdaten. Wenn euch dieses Thema interessiert, geht einfach auf meinen Kanal oben bei den gehighlighteten Videos. Da findet ihr das Tutorial, wie ihr alles einstellen könnt. Und wie ihr diese Liquidierungszonen euch anzeigen könnt und wie man das Ganze tradet etc. Die Plattform, die ich nutze, habt ihr ja gerade schon gehört. Schaut euch das gerne an. Das war auch schon der Content für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr das gerne hier einen Daumen nach oben habt, das hilft wirklich sehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.